Barneby ist verschwunden und wir werden alle in Zaubertränke durchfallen, wenn ich ihn jetzt nicht schnell finde. Zum Glück unterstützt mich Kiara, aber die wird auch durchfallen, wenn wir Barneby jetzt nicht finden. Das wäre schon doof. Aber Barneby, bist du hier irgendwo? Da habe ich ja gerade schon vorgeschlagen. Barneby? Hier ist er nicht. Das bedeutet aber nicht, dass er hier nicht vorbeigekommen ist. Wenn wir ihn nicht bald finden, werden wir in Zaubertränke durchfallen. Lass uns den Bereich absuchen, vielleicht finden wir irgendetwas. Was ist das denn? Klump Bumbelsaft? Die Krawatte von Barneby? Läuft da nicht so eine Krawatte rum, oder was? Ja, das ist eindeutig eine Spur, würde ich mal sagen. Kiara, schau mal hier drüben. Das ist Barnebys Krawatte. Ja, denke ich auch. Und sie liegt in einer Pfütze. Ich frage mich, was hier passiert ist. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Hinweis. Wir sollten uns die Pfütze etwas genauer ansehen. Also. Ja, schauen wir uns mal die Pfütze an. Oh, und da ist ein Wichtel. Gut. Eine Prise davon verleiht mir ein Energieschub. Das sieht nicht nach Wasser aus. Diese Substanz ist sehr flüssig. Vielleicht ist es ein Zaubertrank. So langsam glaube ich, dass diese Pfütze ein Zaubertrank ist. Bei genauerem Hinsehen scheint es sich nicht um Wasser zu handeln, sondern um ein Zaubertrank. Ist diese Pfütze etwa ein Zaubertrank? Ich kriege einen Hauch von Wolfswurz. Vielleicht hat Barneby seine Krawatte verloren, weil hier gekämpft wurde. Barneby trägt seine Krawatte immer ziemlich locker. Sie könnte auch einfach runtergefallen sein. Diese Pfütze könnte der Schlüssel dazu sein, Barneby zu finden. Das scheint keine geföhnliche Pfütze zu sein. Die Flüssigkeit in dieser Pfütze hat einen blau-grünen Farbtor. War Barneby etwa so verwirrt, dass er den Wald als Umgleitekabine benutzt hat? Ist er so verwirrt, dass Energie alle ist? Ich glaube schon. Aber vielleicht habe ich wenig Glück gehabt. Nee, schade. Ich glaube, hier könnte Energie versteckt sein. Nee. Das ist überhaupt keine Wasserpfütze. Sie ist blau-grün und verliert beim Trinken einen Energieschub. Vielleicht ist es ein Zaubertrank. Was für ein Zaubertrank könnte es sein, Cody? Wolfswurz, wenn ich jetzt wisse, wofür man Wolfswurz gebraucht. Ach, der Vergesslichkeitsrank wird es nicht sein. Das war Tongs Problem. Wachtrank. Ja, er könnte den Wachtrank brauchen, um wach zu bleiben. Genau, natürlich. Die Eigenschaften der Pfütze erinnern mich an den Wachtrank. Das ergibt Sinn. Barnaby wollte ihn bestimmt trinken, um wach zu bleiben. Oh, mir fällt jetzt auch kein anderer Grund ein, warum man einen Wachtrank trinken sollte. Ja, aber scheinbar ist irgendetwas passiert und er hat ihn verschüttet. Ich kann nicht erkennen, ob hier gekämpft wurde oder ob Barnaby einfach nur seine Krawatte verloren hat. Was auch immer passiert ist, hat ihn davon abgehalten, zu den Utzen in Zaubertränke zu gehen. Lass uns weiter nach Inweiden suchen. Cody, sieh nur! Sieht aus wie eine Spur aus Wachtranktropfen. Wir sollten der Spur folgen. Vielleicht führt sie uns zu Barnaby. Gute Idee. Mal sehen, wohin sie uns führt. Oh, wohin führt die denn jetzt? Da bin ich jetzt aber gespannt. Wo sind wir denn jetzt? Bootshaus? Bootshaus! Die Tropfen des Wachtrangs führen zum Bootshaus. Behält dich! Ja, okay, damit er jetzt... Ach, Barnaby schläft. Ach, und Kinal ist auch da. Aha. Barnaby? Die Wachtrangspur führt nach dort drüben. Barnaby! Wir haben es geschafft! Wir haben ihn gefunden! Barnaby, wach auf! Wir müssen los! Er ist tot. Oder auch nicht. Barnaby? Er schläft tief und fest, obwohl Knall wie verrückt um ihn herum hüpft. Er war, wie es aussieht, schon seit Tagen wach. Wir müssen uns etwas überlegen. Wir können ihn nicht den ganzen Weg bis zum Klassenzimmer für Zaubertränke tragen. Lass uns versuchen, Barnaby aufzuwecken. Also. Oh! So viele Energiepunkte habe ich jetzt aber nicht. Gut, aber ich habe ja 8 Stunden Zeit und ich brauche ja auch nur 3 Sterne. Äh, Barnaby, deine Oma ist hier. Sorry, Kiara. Schnirch! Barnaby, wir haben einen Eimer voller Süßigkeiten für dich. Vielleicht hört man sich an den Zauber weiter. Barnaby, wach auf! Oder du wirst den Zaubertränke durchfallen. Er ist zwecklos. Barnaby schläft so tief, dass wir etwas Lauteres brauchen als unsere Stimmen. Gibt es einen Zauber, der Geräusche verstärkt? Wir könnten Sonorus ausprobieren. Damit können wir unsere Stimmen verstärken und Barnaby aufwecken. Tolle Idee, Kaudi. Damit bist du laut genug, um Tote aufzuwecken. Zauber den Verstärkungszauber. Okay. Sonorus. Oh, was ist das denn? Aber, also, haben wir diesen, da kann ich mir ja gar nichts an erinnern. Was, hier hat es schon mal gemacht? Eieieiei. Und jetzt rufe nach Barnaby. Was bringt es denn, die Stimme zu verstärken, wenn du dann stumm bleibst? Barnaby. Hat es geklappt? Hörhörhör. Damit Knall. Was? Wo bin ich? Barnaby, schon in Ordnung. Du bist im Bootshaus. Ähm, kann ich bitte Sonorus wieder weggegeben machen? Oh, ich. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wir hatten gehofft, dass du es uns erzählen konntest. Ich weiß noch, dass ich tagelang wach war, um zu lernen. Das scheint meinem Körper nicht gefällt zu haben. Und er hat versucht, mich zum Schlafen zu bringen. Aber ich wusste, dass ich bestimmt eine Prüfung verpasse, wenn ich einschlafe. Darum habe ich einen Wachtrank getrunken. Dann war es also wirklich ein Wachtrank. Aber bevor ich den Trank trinken konnte, hat sich Knall die Flasche geschnappt und ist davon gelaufen. Als ich ihn hier gefunden habe, hatte Knall schon die ganze Flasche ausgedrungen. Und deswegen ist er so auf ihm rumgehüpft. Von all der Anstrengung war ich so müde, dass ich auf der Stille eingeschlafen bin. Und wie hast du deine Krawatte verloren? Sie muss runtergefahren sein, als ich mit Knall gerangelt habe. Das sieht man hier auch schön, so sieht man hier ja sonst nie. Sieht hier aus wie ein, ich weiß nicht, bis zum obersten Hemdknopf zugeknüpft, aber keine Krawatte wäre direkt und sowas. Nun, hoffentlich hast du gut geschlafen, denn wir sind spät dran für uns und uns in Zaubertränke. Oh nein! Wir müssen schnell zum Klassenzimmer für Zaubertränke gehen, bevor Professor Tofte uns durchfallen lässt. Äh, worauf warten wir noch? Wir sollten losziehen. Und ich tue jetzt mal so, als hätten wir zwischendurch dann auch mal schnell zum Klassenzimmer für Zaubertränke. Die Utze warten schon. Und wir haben, wir waren hier gerade acht Stunden dabei natürlich zu wecken, wie weißt du? Also wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir zwischendurch auch, ähm, äh, Sonoris wieder rückgängig gemacht. Aber auch nur damit, äh, ja jetzt nicht alle, äh, hier im Klassenzimmer für Zaubertränke angrüllen müssen. Aber, äh, das dürfte ja jetzt keine Energieaufgabe sein, oder, Professor Tofte? Äh, drei, ähm, zwei, eins, dann kommt, äh, null. Äh, die Zeit ist abgelaufen. Liebe Schüler, lassen Sie uns, ähm, anfangen Sie. Oh, ich glaub, Sonoris ist doch noch an. Professor, hier sind wir. Sie verstehen es definitiv, einen dramatischen Auftritt hinzulegen, Mr. Bailey. Leider kam dieser Auftritt genau genommen zu spät. Nur um ein oder zwei Sekunden? Bitte, Professor, geben Sie uns eine Chance, Sie zu überzeugen, warum wir die Utze in Zaubertränke ablegen sollten. Wie jetzt, ich dachte, ach nee, ich dachte, jetzt kämen die Utze endlich. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich für, 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 für jeden verspäteten Schüler eine, äh, Ausnahme machen sollte. Zeit ist doch nur ein Konstrukt, Professor Tofte. Ihre Uhr scheint vorzugehen, wir waren genau rechtzeitig hier. Wir haben es nur, wir haben nur versucht, das Richtige zu tun, Professor. Je schneller Sie zustimmen, uns teilzunehmen zu lassen, desto schneller können wir anfangen. Bitte, seien Sie doch nicht herzlos. Vielleicht bin ich großzügig, wenn Sie gute Argumente verbringen. Misse neid, was sagen Sie denn dazu? Professor, es ist eine Zeitverschwendung, Ihnen zuzuhören. Mein Fuß war in der Tür, bevor Sie zu Ende gezählt hatten. Das ist alles meine Schuld, Professor. Cody und Kira trifft keine Schuld. Professor, wir haben Magie eingesetzt, um Baneby zu retten. Das war lehrreich. Werden Sie stolz mal, Professor Tofte. Ich weiß nicht immer, welcher Tag heute ist. Es ist ein Wunder, dass ich es überhaupt hierher geschafft habe. Ja, nee, 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 ich kann das nicht machen, nee. Ja gut, dann mache ich an der Stelle auch mal den Cut, denn nee, ich habe auch keine Energiepunkt mehr, nee, sorry. Sie haben schon überzeugende Argumente. Sie dürfen die Prüfung ablegen, setzen Sie sich. Vielen Dank, Professor. Viel Erfolg. Hoffentlich, hoffentlich machen Sie Professor Snape stolz. Ja, schauen wir mal. Können wir jetzt endlich die Prüfung ablegen. Beginnen wir mit einer Schriftlinienprüfung, um Ihr Wissen zur Wirkungen, Fakten und Rezepten von Zaubertrinken auf die Probe zu stellen. Greifen Sie zu Ihren Schreibfedern. Wir fangen an. Okay, ja, und so sieht das dann aus, wenn wir uns unsere UC in Zaubertränke machen. Ich werde sorgfältig über die nächsten Fragen nachdenken müssen. Welche Farbe nimmt der Trank deinen lebenden Ton an, wenn er zur Hälfte gebraut ist? Das war was mit Lila. Blass Lila? Oh nein, ich will jetzt keine Änger mit Zaubertrinken bekommen, wenn ich ausgerechnet in Zaubertrinken. Ich darf doch nicht in Zaubertrinken durchfallen. Dunkel Türkis und Milana Schwarz hört sich auch gut an. Ich glaube, es war was mit Lila. Ha, es war Lila. Oh, danke, danke, danke. Ah ja, es gilt natürlich wieder, dass wir mit Götterkunde pausiert das Video und überlegt selbst. Ja, gut. Welcher Trank bewirkt, dass jeder, der ihn einatmet, qualvoll erstickt? Ich habe doch mal Gerottengas gegen Rackpick eingesetzt, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, dass es eine Waffe war. Ansonsten würgebannt und erdrückender Rauch. Klingt natürlich beides nach qualvollem Erstecken. Aber, war es das, oder sind das Finden? Sollen die mich auf eine falsche Fährte locken? Und es ist das Gerottengas? Was war denn die Wirkung von Gerottengas? Ich will natürlich auch nicht googeln. Ich will hier ja ehrlich Video zu ablegen. Aber, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich für gebannt oder erdrückender Rauch schon mal gehört hätte. Deswegen, gehe ich aufs Gerottengas. Ja, es war das Gerottengas auch. Danke, 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 danke. Ja, hei, hei, hei. Das sind schon schwere Fragen, ja. Ja. Aber bis jetzt habe ich ja einen Perfekt. Ich hatte ja nur bei Kreidekunde eins falsch, aber ich habe da ja noch eins gut. Wegen den ganzen Neem-Events da. Ich wusste nicht, dass diese Fragen in der Prüfung vorkommen würden, aber hier, äh, welche dieser Zutat gehört denn in die Schwelle-Lösung? Ja, wer weiß denn sowas? Fleder-Maus-Milz-Baum-Schlangenhaut oder Geschmorteil-Raune? Schwelle-Lösung, Schwelle-Lösung. Uff. Baum-Schlangenhaut. Äh. Geschmorteil-Raune. Ich glaube, es... Die sagen mir was vom anderen drängen. Ich glaube, deswegen würde ich schon auf die Fleder-Maus-Milz gehen. Ja, das ist die Fleder-Maus-Milz-Spa. Haha, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hahaha. Wenn man alles richtig macht, gibt dieser Trank einen Silbring-Dampf ab. Äh. Der Friedenstrank, der Beruhigungs-Trank oder... Weed... Weed. Ja, wir brauchen mehr Weed. Weeddozeros. Also hier haben wir den Pokémon. Weeddozeros. Los, Weeddozeros. Weeddozeros. Kämpfe gegen... Äh. Die Drogen-Mafia. Äh. Ich würde mal sagen, ich mal auf den Friedenstrank. Ach, schon... Vielleicht bin ich hohe, war nur gut. Das kann natürlich auch sein. Äh. Welche Zutat wird bei der Herstellung von Toxizid entsaftet? Oh, ich hab doch Toxizid schon hergestellt. Muss ich da Bundimunds... Ja, ich glaub, ich muss da Bundimunds für... Für, 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 für sammeln. Ich musste keine Drachenleber und auch keine Pufferfische sammeln. Ja, das müssen Bundimunds gewesen sein. Ja, sehr gut. Wäre natürlich langweilig, wenn ich hinter... In allen Fächern einen ohnegleichen habe. Aber... Wurde man natürlich auch erstmal schaffen. Identifiziere den Heiltrank. Ja gut, das ist natürlich super easy. Aber da muss ich ja nicht mal argumentieren. Also wer das nicht weiß... Da bin ich erbaut, hat er natürlich gut. Äh, ich meine, wer Haupus Löcke spielt... Naja, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich beeilen und den letzten Abschnitt der schriftlichen Prüfung fertig bekommen. Äh... Ja... Ich bin schon wieder eingeschlafen. Es beginnt nun die praktische Prüfung. In diesem Abschnitt werden sie danach benotet, wie gut sie... Äh, Zaubertränke brauchen. Ich hoffe, dass sie... Alle ihr bestes Kim und Professor Snape immer noch stolz machen. Ja, ja, ja. Also ich wiederum nicht, aber... Oh, 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 gut. Oh, Snape ist wieder was... Äh, Quatsch, Snape. Badebeamini natürlich. Badebeamini natürlich. Badebeamini ist wieder wach. Jetzt, ähm, sollten sie ihren, äh, äh, Hustentrang fertigstellen. Mal machen. Kein Fehler. Dieser Zaubertrag muss perfekt ausgeführt werden. Oh. Wenn ich jetzt bei einer von den Übungen hier verkacke... Aber ich hab hier immer noch einen gut. Einen hab ich ja immer noch gut. Weil ich Badebeamini bei, äh, seiner Präsentationsbefung geholfen habe. Also, ähm, stoßen sich jetzt, äh, die Zutaten für die Funkelösung. Das heißt, ich kann immer... Ich kann mir immer noch einen Ausrutscher erlauben. Ich hab bis jetzt alles richtig. Ja, auch geschafft. Gut, weiter so, weiter so, weiter so. Weiter, weiter, weiter. Alle sind gut am Brodeln und am Brauen. Oh, klar, die Käse. Jetzt krieg ich rum auf Käse. Hoffentlich werden sie noch für sie Käse zu ihrem Zaubertrag auf Käsebasis geben. Tut es jetzt. Wofür braucht man einen Zaubertrag auf Käsebasis? Und denken Sie dran, der Käse gehört in Ihren Kessel und nicht in Ihren Mund. Oh, das wollte ich gerade aufstehen und mir Käse auf Küche schocken wollen. Oh, oh. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, gut, 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 okay, das war ich mein, mein. Okay, ich hatte ja einen Freifahr zu scheinen. Okay. Rühren Sie diesen Alterungstrank und machen Sie dabei keinen Fehler. Jetzt habe ich nämlich kein Leben mehr. Oh, oh. Gut, das wäre wieder geschafft. Okay. Ja, das ist, ja, okay, gut Wetter. Lass uns, lass uns jetzt den Rest der praktischen Prüfung angehen. Ja. Warte mal, hier ist nochmal. Spannung. Damit ist der Uzi in Zaubertränke abgeschlossen. Sie können jetzt wieder durchatmen. Danke. Barnaby, wie geht es? Oh, ne, das ist nicht Barnaby. Mr. Belly, da ist noch eine Sache. Während der Prüfung habe ich Bescheid bekommen, dass ein gewisser Elton Elaborate mit ihm ist. Auch, ne, Elton, das ist immer ungünstig. Äh, ich habe mich fragen, was der jetzt von mir will. Ah, ne, nicht einfach die Uzi hier ohne Energiepunkte. Muss ich jetzt Elton mit Energiepunktaufgaben wieder dazwischen mogeln. Ne, ich kann ja diesen Elton Elton Berry nicht, darum kann ich keine Vermutung dazu anstellen. Vielen Dank, Professor, ich werde mal bei Herzen vorbeischauen. Was, aber doch nicht im Ministerium. Geh, ich wollte an der nächsten Prüfung schnell hin zur Paramission. Was jetzt? Ich mag eine Prüfung. Ich soll jetzt saubereien, Pisterium. Geht das noch zu Part 2? Geht das noch zu Teil Part 2? Na gut, dann mach ich mal gerade kurz. Hallo, Mr. Elton Berry, ich bin gerade dabei, meine Prüfung abzulegen, was wollen sie denn jetzt von mir? Also, ich habe gehört, dass sie mich sehen wollten, Elton. Ah, Mr. Bailey. Herbert, Schießwerfer in der Dritte und ich habe gerade über dich gesprochen. Herbert ist überzeugt, dass du bei den Nutzen hervorragend abschneiden wirst. Ja, wie war das denn jetzt? Ich glaube, ich bin überall bei maximaler Punktzahl bislang. Ja, aber das ist ja nett von Herbert. Dafür ist es aber noch etwas früh. Ich habe ja nicht mal die Hälfte des zeitlich bekannten Nebenevents geschafft. Bisher habe ich nur die Utzen, Kräuterkunde und Zaubertränke abgelegt. Und welche dieser Prüfungen war schwieriger? Ähm, die schwierigeren Fragen waren bei Zaubertränke, würde ich sagen. Das gilt nicht nur dir, so die Utzen und Zaubertränke haben schon viele Leute ins Stolpern gebracht. Aber hüte dich, die größte Herausforderungen stehen dir noch bevor. Wenn ich mich recht erinnere, wären die weiteren Utzen nicht einfacher. Und wenn ich mich an etwas erinnere, das so lange zurückliegt, dann muss es stimmen. Danke für den Tipp, Elton. Und dafür bin ich hierher gekommen. Das war nicht mein einziger Tipp. Wenn du mir herrn willst, Tee aufzusetzen, dann erzähle ich dir mehr über die Utzen-Verwandlung. Ach, das muss ich nicht wissen. Ich will einfach hingehen und zu machen. Ach, nein, Elton, was ist das denn für ein Tee? Acht Stunden, die Zeit? Möchten Sie etwas Honig oder Zucker? Welche Tee-Mischung bevorzugen Sie? Ich lasse mein Wasser mal kochend heiß werden, bevor ich anfange. Professor Doft hat eine Frage, die er bei jedem Utzen-Verwandlung stellt. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Plutorauschen-Keramell und Ingwer-Marmel. Wie ist die Frage, die er in jedem Utzen-Verwandlung stellt? Die Tee-Zett sollte ein Abenteuer für meine Geschmacksnerven sein. Elton hat wirklich ein Talent für interessante Geschmacks-Mischungen. Hallo? Kanne? Die Kanne will nicht. Die Kanne muss ziehen. Hier hat mein Hör versehen. Wenn ich da aufklicke. Was ist hier irgendwie... Oh, nee. Hey, die Kanne... Keine Optik. Was? Warum muss denn die Kanne jetzt so lange ziehen? Guck mal grad raus, mal gucken, ob da was passiert. Hervorragend. So. Dann gehe ich wieder rein. Wo war denn das hier? War das, oder? Ja. Mal schauen, was hier ist passiert. Ah. Gut. Im Gegensatz zu einem unbewachten Topfkoch, dein bewachter Tee geht so leicht über. Ich frage mich, ob es beruhigender ist, Tee aufzusetzen oder ihn zu trinken. Ich glaube, er ist jetzt fast fertig. Nee, das war jetzt ein Stern. Wer mal die Teeblätter zu lange ziehen ist, entsteht ein bitterer Nachgeschmack. Absolut köstlich. Meine Geschmacksgenossen sind verzückt. Ich wollte ihn nur genauso machen, wie sie ihn mögen. Wie versprochen habe ich einen Hinweis für dich, was die Us-In-Verwandlung angeht. Professor Tofty stellt immer eine Frage zu einer von Professor McGonagall's Lieblingsverwandlung. Aber ich weiß nicht, welche Verwandlung Professor McGonagall besonders mag. Ich muss doch jetzt wohl nicht extra noch zu McGonagall gehen und herausfinden, welches ihre Lieblingsverwandlung ist. Nun, dann solltest du es viel leichter ausfinden. Sie haben wirklich ein großes Interesse an den Us-In-Elten. Und sie cheaten. Mirfach Lösungen vorsagen. Oh, ich behalte nur bestimmte Schüler im Auge, die besondere Talente zeigen. Und solche, an denen Herbert Shillsworthy der dritte Gefallen findet. Und du fährst zufälligerweise in beide Kategorien. Sowohl sie als auch Olivia haben sich sehr für mich interessiert. Gibt es irgendetwas, das sie beide mir verschweigen? Ich sag nur so viel. Die Us-In-Der Schlüssel zu deiner Zukunft. Sehr geheimnisvoll. Jeder braucht so ein paar Geheimnisse im Leben. Aber ein Geheimnis, das du lüften kannst, ist die Frage nach Professor McGonagall's Lieblingsverwandlung. Danke, Elten. Ich werde sie mal sofort besuchen. Äh... Ich bin im Innenhof, wenn sie mit mir sprechen möchten. Äh... Die Us-In-Der Schlüssel sind total aufregend, hoffentlich gehen sie niemals zu Ende. Ja, ich habe aber nur noch 48 Stunden Zeit. Hey, 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 Professor. Ja, danke. Wer stirbt Professor McGonagall nicht in ihrer Pause? Das Sie immer daran wissen, habe ich im Griff. Nur mit dem Rest habe ich Probleme. Es fällt mir schwer, mich für einen Favoriten zu entscheiden. Sie unterrichten Verwandlung schon seit so vielen Jahren und haben bestimmt ihren Lieblingszauber. Ich bin nur hier im Innenhof, um mich von Knall zu erholen. Er schläft einfach nicht ein. Wie schön, dass Professor McGonagall mal eine Pause bekommt. Weiß jemand, wie man ein Schlafmittel braut? Ich frage für einen Knall. Der Verwandlungszauber Endfluss-Sandwiches ist allseits beliebt. Pia Tutum Locomotor kann leblose Objekte zum Leben erwecken. Oh ja, natürlich, da muss man ja an Harry Potter 7 denken, wo sie sagen... Den Zauber wollte ich schon immer mal machen. Also Pia Tutum Locomotor, ja. Der Zauber Arvis ist nicht schwer zu lernen, macht aber viel Freude. Ja, dadurch bekommen wir noch Vögel, oder? Ich unterrichte Zatia gerne, Arvis, den Vogel Beschwörungstauber. Ja, dass der Vogel macht, hätte ich auch Sorge, wusste ich jetzt nicht cheaten müssen. Wie viele Lieblingszauber haben Sie denn? Ich möchte alles über Ihre Lieblingszauber erfahren. Ihre Lieblingszauber in Verwandlung sind also Pia Tutum Locomotor, Endless Sandwiches und Arvis. Genau, Pia Tutum Locomotor kann leblose Objekte zum Leben erwecken. Endless Sandwiches ruft einen Teller voller Sandwiches, aber entfüllt ihn automatisch auf, wenn sie gegessen. Und es ist immer wieder eine Freude, Arvis zu unterrichten, der einen Vogelschwamm herbeiruft. Sehr interessant. Finden Sie das interessant, und da versuchen Sie etwa nur mehr Briefungsantworten zu entlocken? Professor, ich bin entrüstet, dass Sie mir so etwas unterstellen würden. Ich habe mich einfach nur mit Ihnen unterhalten. Ich weiß, dass Sie uns sehr anstrengend sind, aber Sie brauchen sich nicht aufzureden. Wie gesagt, nachdem Sie Ohr und Drehen mit seinem Hut geholfen haben, können Sie alles erreichen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Konzentrieren Sie sich, dann werden Sie es schaffen. Ich glaube an Sie, Mr. Bailey. Vielen Dank, Professor. Ich werde jetzt zum Klassenzimmer für Verwandlung gehen. Nein, aber ja, uh, uh, das wird spannend, aber das wird die nächste Folge. Ich habe schon zwei Oze hinter mir, und vier warten auf mich. Schaffst du es mit ein paar FreundInnen? Warum, was macht der Stern da? Der Stern ist falsch. Ein paar zusätzliche Stunden zu lernen, damit du die besten Noten bekommst. Ähm, ich muss nicht lernen, ich will nur die Oze ablegen. Na ja, ich schon mal. Auf Wiedersehen, over and out.